A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila zulzilatil ardu zilzalaha. Wenn die Erde in aller Heftigkeit erwebt. Uchrajatil ardu athqalaha. Und wenn die Erde ihre Lasten herausgibt. Wa'alal insanu ma'laha. Und wenn der Mensch sagt, was ist mit ihr? Yuma'izin tuhaddisu akhbaraha. An jenem Tage wird sie ihre Geschichten erzählen. So, wie ihr Herr es ihr eingegeben hat. Yuma'izin yasdurun nasu ashtatalli yurau a'malahum. An jenem Tage kommen die Menschen in Gruppen zerstreut hervor, damit ihnen ihre Werke gezeigt werden. An jenem Tage kommen die Menschen in Gruppen zerstreut hervor, Wer auch nur eines Stäubchens Gewicht Gutes tut, der wird es dann sehen. Und wer auch nur eines Stäubchens Gewicht Böses tut, der wird es dann sehen. Amen. Amen.